Hallo meine Freunde! Auf die heutige Haushaltsanalyse habe ich mich schon besonders gefreut. Es geht heute um die Familie Villareal. In dieser Familie geht es um einen schwierigen betagten Vater, seine drei Halbwaisenkinder und um ein düsteres Geheimnis. Hier wird uns einiges geboten. Los geht's! Wir machen heute wieder einen Abstecher auf die Crumble Island. Der Insel, auf der sich ein paar wohlhabende Familien aus Windenburg niedergelassen haben. Neben der Familie Bjergsen, der wir auch schon einen Besuch abgestattet haben, lebt hier auf dem größten Grundstück die Familie Villareal. Die Haushaltsbeschreibung gibt uns schon ein paar wichtige Informationen über diese interessante Familie. Nachdem Jacques' Ehefrau unter, ähem, mysteriösen Umständen verschwand, muss er drei Kinder alleine in seiner riesigen Villa großziehen. Luna und Hugo sind gute Kinder mit typischen Teenager-Problemen, aber der kleine Max ist eine verheerende Naturgewalt. Werden seine Kinder Jacques in den Wahnsinn treiben, bevor er sie mit seinen exzentrischen Angewohnheiten und Hobbys in den Wahnsinn treibt? Das klingt doch mal echt spannend. Mit 65.000 Simoleons auf der hohen Kante scheinen sie auch keine finanziellen Probleme zu haben. Lasst uns herausfinden, womit sie sich stattdessen das Leben schwer machen. Wow, das Grundstück der Familie ist wirklich groß. Das Haus und der Gartenbereich nehmen gerade mal einen Teil der Gesamtfläche ein. Ich bin dafür, wir machen erstmal einen Spaziergang über das Grundstück und drumherum. Der Garten ist sehr gepflegt und der Außenbereich mit dem Pool ist auch sehr schön gestaltet, wenn auch etwas dunkel. Es gibt hier aber noch viel mehr zu entdecken. Es gibt diese Höhle, durch welche man zu den Klippen reisen kann, ein paar Büsche für bestimmte Momente und entlang der alten Mauern, die wohl aus einer anderen Zeit stammen, führt ein Weg hinunter ans Meer. Man hat dort einen wundervollen Blick aufs Festland, einen Angelplatz und ein Lagerfeuer. Hier kann man bestimmt spaßige und romantische Momente verbringen. Das restliche Areal dieser Insel ist auch wirklich schön. Nur der Bereich um das Familienanwesen sticht besonders hervor, finde ich. In dieser Familie leben die Kinder Hugo, Luna und Max mit ihrem alleinerziehenden Vater Jack. In allen Räumen kommt der Wohlstand dieser Familie zum Ausdruck. Was die materiellen Dinge betrifft, mangelt es ihnen an gar nichts. Die Küche und sämtliche Badezimmer sind groben ausgestattet. Und in den Wohnräumen findet man neben hochwertiger Wand- und Bodenbelege viele unterschiedliche Gemälde und Antiquitäten. Der Schnitt des Hauses ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber wenn man so viel Geld hat wie diese Familie, dann legt man bestimmt Wert auf Individualität. Aus diesem Grund hat sich Jack wahrscheinlich auch einen eigenen Hobbyraum im Keller eingerichtet. Wer kann, der kann, nicht wahr? Ja, Jack ist der Vater der drei, auch wenn er bereits ein Senior ist. In der Haushaltsbeschreibung wurde bereits darauf hingewiesen, dass er einen schwierigen Charakter hat. Und es wurde nicht übertrieben. Denn seine Merkmale sind Genie, unberechenbar, kindisch und wegen seines Bestrebens Staatsfeind hat er das Zusatzmerkmal niederträchtig. Das klingt schon mal sehr kompliziert. Ein sehr sympathischer Kerl, unser Jack. Sein Merkmalgenie hat aber bestimmt auch mit dazu beigetragen, dass er diese Villa und das ganze Geld sein Eigentum nennen darf. Er ist nämlich auf der, haltet euch fest, neunten Stufe der Verbrecherkarriere. Wow. Und das ohne auch nur einen Fähigkeitspunkt in der Schemfähigkeit oder der Geschicklichkeitsfähigkeit zu besitzen. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Ob er es mit seinen neuen Logikpunkten geschafft hat, diese Beförderungsvoraussetzung zu umgehen? Man weiß es nicht. Das wird wohl sein Geheimnis bleiben. Dafür soll er aber wenigstens ein anderes Geheimnis mit uns teilen, das ich viel wichtiger finde. Wir wollen schließlich wissen, was zum Henker ist mit seiner Frau und Mutter der drei Kinder passiert? In der Haushaltsbeschreibung hieß es, sie wäre unter, ahem, mysteriösen Umständen verschwunden. Diese Formulierung lässt durchblicken, dass sie wahrscheinlich nicht einfach verschwunden, sondern eher Opfer eines Verbrechens wurde. Jack, was hast du getan? Ich bin davon überzeugt, dass er für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich ist. Dass er sie um die Ecke gebracht hat. Jack hat ein gutes Verhältnis mit allen Familienmitgliedern. Bisher gab es offenbar zwischen ihm und den Kindern keinerlei offene Konflikte. Da Jack allerdings keinen einfachen Charakter hat, vermute ich, dass es Streit zwischen ihm und seiner Frau gab. Sie hatten Probleme und deshalb schliefen sie vielleicht auch getrennt. Einer im Schlafzimmer und einer im angrenzenden Gästezimmer, sodass sie ihre Probleme vor den Kindern geheim halten konnten. Im Keller bin ich aber fündig geworden, denn dort befinden sich zwei Urnen. Wenn auch keine richtigen. Da hat es EA vielleicht nicht so genau genommen. Eine ist hell, die andere dunkel. Jetzt fragt man sich natürlich, warum er sie umgebracht haben könnte und warum es sogar zwei Urnen gibt. Ich habe da eine Vermutung. Jacks schwieriges Wesen könnte seine Frau in die Arme eines anderen Mannes getrieben haben. Es könnte auch sein, dass sie ihn wegen eines anderen Mannes verlassen und auch die Kinder mitnehmen wollte. Dies wäre schon ein Mordmotiv. Die dunkle Urne könnte die der Affäre sein und die helle die seiner Ehefrau. Vielleicht ist der Hass so groß, dass er sie als eine Art Erinnerung aufbewahrt. Im Keller hängen außerdem noch Gartenwerkzeuge an der Wand. Vielleicht liegen sie auch beim Brunnen vergraben. Unter dem Gras kann man noch hier und da eine Steinfläche sehen. Vielleicht versteckt sich darunter auch sein schmutziges Geheimnis. Wer weiß schon, wie viele schmutzige Geheimnisse er als kriminelles Genie hat? Dieses Mysterium um die Mutter ist natürlich traurig. Aber um eine spannende Ausgangslage für einen Haushalt zu schaffen, ist das Verschwinden der Mutter und Ehefrau eine feine Sache. Die Mutter gibt es also nicht mehr. Die drei Kinder werden also ohne sie groß. Aber zum Glück haben sie alle ein gutes Sozialleben. Da alle in Gruppen sind und dort Freundschaften pflegen. Auch untereinander verstehen sich die Geschwister gut. Was ihnen nur fehlt, ist die Liebe einer Mutter. Hugo ist der älteste Sohn. Er ist kräftig gebaut und hat ein gefestigtes positives Wesen. Er hat die Merkmale Einzelgänger und Genießer. Dazu passenderweise das Bestreben Meisterkoch, welches ihm noch das Zusatzmerkmal Essenz des Geschmacks gibt. Er weiß also schon, was er für ein Lebensziel hat. Und ich finde das Ziel klasse. Er ist außerdem in der High Society, dem Kochclub, dem auch Clara Bjergsen angehört und arbeitet dort auch schon am Ausbau seiner Kochenfähigkeit. Des Weiteren gehört er den Avantgardisten an, dem Literaturclub, wo er mit anderen Hausaufgaben machen kann. Vielleicht ist sie auch eine junge Dame dafür verantwortlich, dass er so gerne zu den Treffen geht. Der kleine Schlingel. Seine Schwester Luna, die offenbar seine Zwillingsschwester sein muss, ist auch trotz ihres schweren Schicksals gut geraten. Sie ist nicht nur wunderschön und wegen ihrer Beliebtheit in der Gruppe die Idole, sie hat auch noch eine gute Merkmalkombination, nämlich die Merkmale kindisch und romantisch und durch ihr bestreben Freundin der Welt noch das Merkmal aufgeschlossen. Das alles macht sie zu einer offenherzigen, jungen Frau. Mir ist aufgefallen, dass sie einen Sonderstatus bei ihrem Vater genießen muss, denn ihr Zimmer hebt sich deutlich von denen ihrer Brüder ab. Ihre Zimmerausstattung ist sehr hochwertig, während die der Brüder eher preiswert ist. Sie hat mal eben das Prinzessin Cordelia Bett für schlappe 12.000 Samoyans und ihre Brüder schlafen in Betten, die reduzierte Liege bzw. Doppelliege heißen. Autsch, das tut weh. Luna ist bestimmt Daddys Prinzessin. Ich frage mich, ob Jack es akzeptieren würde, wenn Luna einen Freund hätte. Der kleine Max wird wahrscheinlich am meisten leiden. Er ist noch ein Kind und hat bereits das Merkmal Böse entwickelt und in der Schule nur eine 4. Er ähnelt dadurch seinem Vater am stärksten und könnte vielleicht eines Tages in dessen Fußstapfen treten. Es sei denn, jemand anderes nimmt Einfluss auf seine Entwicklung und ändert damit sein düsteres Schicksal. Elsa Bjergsen zum Beispiel. Sie ist eine gute Freundin aus der Abenteurer-Gilde. Es wäre schön, wenn sie ihm die Liebe und Sicherheit schenken könnte, die er zu brauchen scheint. Ein treuer Begleiter in Form eines Hundes wäre bestimmt auch nicht verkehrt. Noch besser wäre es, wenn Jack noch einmal heiraten würde. Nur wird es nicht leicht für eine neue Frau, da der Typ ganz schön speziell ist. Er ist bei den Stammgästen und sitzt deshalb gerne an der Bar und hängt dort mit seinen Freunden ab. Und wenn er das nicht tut, hängt er mit den Heckenrittern ab, einer kleinen Gruppe Schachspieler in seltsamem Ritterkostüm. Das erklärt auch, woher er seine Logikpunkte hat. Er bräuchte jemanden, der mit seinen Eigenheiten umgehen kann und sein Wesen aushält. Vielleicht eine ruhige Hausfrau, die sich pflichtbewusst um die Kinder und das Haus kümmert. Oder sogar eine jüngere Frau, die es tatsächlich versuchen will, ihn zu zähmen und irgendwann als reiche Witwe enden möchte. Weil die Familie finanziell sehr gut situiert ist, kann man sich voll und ganz auf die Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau von Beziehungen konzentrieren. Ich merke immer wieder, dass ich mich bisher viel zu wenig mit den Haushalten aus Windenburg beschäftigt habe. Besonders dieser Haushalt hat es echt in sich. Schaut doch gerne mal in die Playlist zu den Haushaltsanalysen rein und lernt dort die anderen Haushalte noch näher kennen. Es lohnt sich. Ich werde bald mit dem nächsten Video beginnen, denn auf die nächste Familie freue ich mich auch sehr. Macht's gut, ihr Lieben. Eure Marisa